Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Aussie Earth Adventure und unser Schatten da, der freut sich anscheinend ganz krass. Ich finde ihn immer noch recht störend, obwohl er auch schon das eine oder andere mal hilfreich war. Warum ging jetzt da der Doppelsprung nicht? Fängt ja super an. Es geht der Doppelsprung nicht. Oder darf ich da nicht springen? Ich Idiot habe immer genau auf der Blase gesprungen. Das ist falsch. Okay, wenn man es denn mal weiß, ist das ja auch in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wann ich das nächste Mal vergesse, dass das so ist. Da würde ich gern hoch. Da würde ich gern hoch. Da würde ich gerne hoch. Gut, dass das Stampfen nicht funktioniert hat. Ja, gut, dass das Stampfen nicht getroffen hat. Kann das sein, dass ich da gerade... Da vorne ist ein Checkpoint tatsächlich. Okay, wir müssen noch mal zurück. Das Level geht hier lang weiter. Ich war hier nur lang gegangen, weil ich hier dachte, da findest du jetzt einen Sonderstern hier, den fünften. Also einen von den fünf. Ich weiß gar nicht, wie viel wir schon haben. Ach, da sind keine Leeren zum Festhalten. Verdammt. Da ist er. Okay. Theoretisch könnten wir uns ja jetzt sterben lassen, dann wären wir da oben. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh! Die Fische hatte ich eben gar nicht registriert. Alter Schwede. Und das war eine knappe Kiste. Och, und da kommt natürlich auch wieder eine Spindel. War ja klar. Daneben. Plupp. So. Alter. Ich wollte gerade noch sagen, ist euch schon aufgefallen, dass ich wieder so ein bisschen reinkomme, was Jump in Laden angeht. Und schon feige ich wieder total. Aber es macht mir echt Spaß, das Spielchen, muss man sagen. Jetzt gibt es schon zwei so versteckte Schnecken. Wuss. Ach, da kommt ein Floß. Nee, das Floß fährt weg. Verdammte Hacke. Das war aber jetzt fies. Da ist wieder ein Stern versteckt. Fahren wir mal hin. Da sind auf jeden Fall jede... Nee, ist kein großer Stern, aber hier sind normale Sterne. Komm wieder her, komm. Putt, 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 putt. Hallo. So. Und hopp. Checkpoint. Und... Und... Und wupp. Ähm. Aha. Oh Gott, sagen. Ach, die Lümmels wieder. Ich mag euch nicht, weil euch kann ich nicht töten. Alles, was ich nicht töten kann, mag ich nicht. Warum zögerst du? Hallo? So eine linke Sau. Ihr seid komische Spinnen. Ich bleib dabei. Ich weiß gar nicht, wie konnte man hier... Ja, ich kann mich da runterfallen lassen. Hup. Hup. Ja, klappt doch wunderbar. Popp. Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn mal haarscharf daneben gesprungen wären. Und die sich dann umgedreht hätte, dass wir Schaden kriegen. Die werden echt immer fieser. Ich, Idiot. Ich hab grad noch gedacht, nein, tu's nicht. Aber... Da war's schon zu spät. Da oben ist ein Checkpoint. Wollen wir? Mal gucken mal da unten. Und was für ein bisschen was? Haha. Die werden echt immer gemeiner, ne? Es wird relativ knapp immer. Hoch. Ich hab grad einen Dazzle gestoßen. Das ist aber auch knappe Gnischte. Hoch. Ja, klappt. Ab. Das meinte ich vorhin. Da hab ich vorhin mit gerechnet. Diesmal nicht. Aber klar, passiert ja nur, wenn ich nicht damit rechne. Ist ja logisch. Jetzt hab ich wieder nicht drauf geachtet, ob das mehr Punkte gibt. Hup. Hup. Das war Glück. Das auch. Das nicht. Hup. Flop. Flop. Schade, ich hab jetzt gedacht, ich treff die. War aber dann doch nicht der Fall. Ja, dich hab ich gesehen. Wenn auch sehr spät. Alter, dich. Hab ich gedacht. Treff ich nicht. Level complete. Ja, wir haben aber anscheinend wieder alles brav hingekriegt. Okay, dann mal weiter. Bossfight? Nee. Oh, what the fuck. Und nu? Ich kann doch gar nicht schießen oder sowas. Was, was, ähm. Ähm. Was mache ich denn gegen dich? Äh? 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 Was mache ich denn gegen den? Drauf springen darf ich anscheinend nicht. Really furious spider. Hm. Äh. Ja. Nee, einen Schuss oder so habe ich nicht. Ich kann ja nur springen. Äh? 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 Heißt das, ich muss den einfach nur ausweichen die ganze Zeit? Aber der hat doch auch drei Herzen. Hm. Nö, hat ihm nix gemacht. Hm. Oder muss ich das direkt mit dem Stampfen machen? Ja. War vorhin der Versuch mit dem Stampfen einfach nur zu spät. Da war der, hat er, oh. Da hat er ja schon dieses rote Leuchten gehabt. Okay. Dann wissen wir ja jetzt, was wir machen müssen. He also stings. Stand das vorhin auch schon da? Sehe ich jetzt erst. Dann machen wir mal, ne? Der kommt aber anscheinend wirklich auch immer da runter, wo ich stand. Okay. Wirfst du jetzt wieder was? Ich hätte den Doppelsprung nicht machen dürfen. Alter, was ist denn das? Schwingt der sich da wie Tatsahn? Was ist denn das, ey? Das ist ja wohl der Knaller. Hier, all so's Dings. Okay, das stand anscheinend wirklich jedes Mal da. Ja. Ja. Na, werf schon. Und wieder da rüber. Und wieder da rüber. Und stoppen. Achso, jetzt kommt er da. Na, werf. Schöße. Ich hab gedacht, der schwingt nochmal. Oh. Und. Na, mach. Du wirfst doch jetzt wieder. Und was macht der jetzt? Ah. Okay, das hätt' ich mehr denken können. Kommt nochmal. Und er kommt nochmal. Okay. Jetzt kommt er wieder von da. Auf jeden Fall schneller als vorhin. Bämst. Und war's das? Okay. You win. New challenge level unlocked. Wow. Es ist a Wahnsinn. Aber habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da so ein netter kleiner Bosskampf noch dazwischen kam. Wunderschön. Hat mir gefallen. Wir machen die Folge heute mal ein bisschen kürzer, weil ich finde, das ist jetzt hier der passende Moment für eine Aufnahmepause. Und ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ja, Däumchen. Nur wenn ihr Lust habt. Okay. Ich wollte das mal einfach mal gesagt haben. Und bis zum nächsten Part. Ciao.